Ein wirklich revolutionäres Flugzeug in Deutschland, von Messerschmidt entwickelt und dann eigentlich in allen Ländern sozusagen kopiert oder versucht worden zu kopieren. Ein wirklich federführendes Modell zu dieser Zeit, Anfang der 40er Jahre, wurde eingesetzt als Aufklärer und als Nachtjäger, um eben die Luft überlegen und herzustellen. Das höchste Kiel.